Hier haben wir die allseits bekannten und beliebten römischen Lichter von Veko aus dem Lollipop Sortiment, jeweils mit fünf Leuchtkugeln und wir gehen jetzt mal mit den zwei kleinen rausspielen. Hier haben wir die Kugeln und die Kugeln und die Kugeln und die Kugeln. Hier haben wir die Kugeln und die Kugeln und die Kugeln.